Wer macht da an die Decke? Wir beide, Max. Hä? Wir beide. Dann geht's schneller. Egal, ich muss eh nochmal Cleanstone brennen, also von daher. Ich glaub, die Festplatte macht auch nimmer lang mit. Oh, 93 GB nur noch. Hoho, jetzt wird's knapp. Naja, ich denke, es reicht ja dann auch mal wieder noch. Wie viel haben wir denn? 2 Stunden 3. Dann würd ich sagen, bis 2 Stunden 15 machen wir noch. Dann hab ich genau die Parts zusammen, dann passt das. Wieso ist denn eine Spinne auf dem Weizenfeld? Ich glaub, es hackt. Hallo. Komm her. Du sollst mich angreifen, du dumme Kuh. So, baust du dir ein Wollhaus? Das ist mein Schlafhaus. Aus Wolle. Ich glaub, ich muss mal die Tornado-Mod einfügen. Oh, ne. So, ja dann, wie gesagt, ne. Die Spinne muss sterben. Greif mich doch an. Dann halt mich. Wann bist du auch ein X? Wieso? Hm, mir war langweilig. Wo ist ein X? Hier. Hier. Das sieht aber nicht gleich aus. Egal. Land geht's eh nicht mehr, also dann ist ja hilfreich. Da fehlt ein Block. Oder da ist einer zu viel. Hä, warum? Ja, hier auf der Seite ist unter der Wolle kein Block und hier ist einer. So, was machen wir denn jetzt noch die restlichen Minütlen? So, ne? Jep. Weil dann brauche ich nämlich die nächste Zeit nicht aufnehmen, dann habe ich nämlich schon das neue Projekt auf Tasche und jetzt noch Minecraft anlassen. Das ist eigentlich gut, ne? Ja. Geh raus. Ja, geh doch. Okay. So, dann ist er weg. Ich will hier rein. Dann geh raus. Okay. Was? Und tschüss. Okay, die allererste. Kiste. Ich hab kein Holz, ne? Ja, doch. Die allererste Kiste wird sein eine Erdkiste. Weil wir haben so viel Erde jetzt, das ist ja unglaublich. Marcel, bringst du mir mal die Erdkiste, wo da oben ist? Nö. Mein Inventar ist jetzt leer. Ja, dann sollst du ja auch nur die Erde hier unten in die Kiste reinbringen. Das nenne ich doch jetzt hier mal ein großes Lager. Da können wir doch mal ordentlich Kisten anbringen. Hallo? Dann nicht. Mach ich halt alleine. Marcel, wir haben's geschafft. Er macht's alleine. Genau. Habt mich gerne, ey. Ich habe Weizen aufgenommen. Juhu. Freut mich. Ich wollte doch noch Ding brennen, den Cleanstown, wo ich hier mein Inventar gehack habe. Ja, du. Das bring ich auch mal meine Erde. Ich brauch dich nicht. Ja, wir tun ja eh alles ins Lager. Ich räucher ja gar keine Kisten. Im Grunde nicht. Dann hab ich ja ein Haus umsonst gebaut. Nö. Doch. Nö. Eigentlich ja nicht. Ja, das bleibt so. Ich will ja eigentlich Kisten dann. Jede 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 ю. Ja, komm mal, da wolle auf die. Oh, da coaches. Okay, Erde. ich soll jetzt zwei treizehn weil ich hier aufgenommen habe von einer Kartenbox er wie du sie aufgenommen was ist ob ich sie dann im Inventar dass sie die geschickt hat doch ich bin okay ja auch aber OP kannst du nicht äh Ding nähe die Reine ins Inventar legen wirklich nicht ich will nicht die Kiste in die Kiste wir würden in sie geschrieben so wie man spricht mit V oder mit F ja mit V genau so mit 1 oder mit 2 2 kann ich doch was hast du ja du kannst es machen aber du kannst nix rausnehmen ja ja also und reinlegen kannst du auch nicht warum kannst du das dann weil ich OP bin äh ich bin äh mit dem Faden denkst du das kann dann kann ich doch eigentlich dann auch nicht mit World Guard eigentlich nicht ja ich kann es aber also bin ich doch OP mit dem Faden kannst du halt das irgendwie Permissions Bucket da irgendwas machen ich kann mal auch mal schreib mal was OP ja ich bin OP also so ja dann kannst du es nicht weil wir beide Ops sind ah ok also bei OPs funktioniert es nicht es funktioniert noch bei normalen Leuten so ich glaube wir machen jetzt auch mal feiern ja fünf Minuten nach die wir jetzt noch voll bekommen achten siebziger jetzt wird es aber richtig knapp ich weiß nicht ob wir die jetzt noch wir schaffen es aber auch blöde Kammer noch gar nichts geben wenn man selber ja ich weiß es ist aber erst seit der neuen Version von Landwissen schützt so vorher nicht hätte mein Schlafhaus ist jetzt fertig wir haben auch das hat wieder die Kiste die Raumfahrer das ist mein Lieblingskiste wenn ich reinguckt geht sie zu und wenn ich über die Weg gehen ich hatte doch hier Schilder genau es sind sinnlos ich weiß erstmal noch was spachteln was Mörteln was ist da die Mörtel was wahrscheinlich ist da eingeguckt ne Erde sehr viel Erde das meiste von mir gelesen Marcel willst du noch Zielgesteintreppen nein führt einfach raus nein nein Plasterstein dann kommt da noch eine Reihe oben drüber oder wie bei Bedarf ja ich denke aber nicht dass wir eine Reihe oben drüber brauchen wenn du alles ringsrum voll machst brauchen wir nichts oben drüber setzen also wenn du erstmal eine Seite voll machst und dann brauchen wir es ja ja das kriegen wir schon so das wird schon das so dann würde ich sagen das Kisten umräumen wollen wir das dann noch in der Aufnahme machen oder machen wir das mal Offscreen können wir machen in der Aufnahme ja oder Offscreen also ich würde es lieber Offscreen machen weil das interessiert die Zuschauer wahrscheinlich nicht so außerdem ist die Festplatte bald voll 74 GB haben wir noch ich mache jetzt noch vier drei Minuten und dann in der Au in der Extrakiste alles in der Extrakiste jetzt ich baue noch ein Schadenpaar 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 Upp da kommt hier der Pflasterstein rein dann wieder eine Werkbank so sieht das eigentlich cool aus und dann wieder zwei Kisse hm ah ok hätten wir eigentlich meine Maus hätten wir meine Maus ja ja ich hoffe mal bei meiner neuen Maus nicht mehr mit Domi seine hätten wir hauptsächlich ist jetzt aber auch nicht so schlimm ey ich mache gerade gar nichts mit der Maus dann ist es Marcel anscheinend ja so dann haben wir hier Stein das ist aber genau unter dem Mikro also ich glaube weggehen tut das nicht so mehr kann ich nicht mehr Stein haben ja dein Mikro nimmt ja alles auf meins nimmt ja nur mein Ding auf weil das ist leider weg ja 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 man hört es man hört es hört man eigentlich die Tastatur ja hört man sie immer noch ja ja wie kann man doch gar nicht mehr hören doch natürlich kann man das es tut ja jetzt alle da unten im Lager hä man ist es leise und du hörst du nur durch die Musik durch ja die Musik ist doch nur hintergrund ne ich meine die Tastatur ist total leise wenn ich so bewege also wenn ich was mache hörst du jetzt irgendeinen klicken ja und wie laut ist das ziemlich leise aber man hört es Stein dann mache ich hier jetzt mal Kies hin ich höre du wolltest das sortieren nach ja oder wolltest die Kisten jetzt erstmal oder wolltest erstmal Schluss machen jetzt ja mach ich auch ja seht man aber nicht eine Minute noch dann habe ich genau 15 Minuten dann kann ich es perfekt zusammenschneiden das passt mir nicht du hast aber davor noch was aufgenommen ne ja wie ja du hattest doch davor auch noch was ja aber wenn ich da wo ich die Aufnahme unterbreche mache ich ja dann das wird ja dann dann mache ich ja nichts mehr dahin das wäre dann nur ein Part fertig weil sonst komme ich mit dem schneiden durch einander ich bin einfach zu fähig um es richtig zu können so dann kommt hier wieder eine Werkbank hin hei 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 ich mich einfach mir überall mal Werkbänke hin ja so man weiß auch nie also ich stehe jetzt hier auch wo ich eine Werkbank achta auch wo ist eine Werkbank achta achta das ist ja egal und dank dem Domi seiner Baumschule haben wir auch Holz sattes ist auch sehr gut ich finde die Werkbänke nicht vor lauter Wald siehst die Bäume nicht vor lauter Bäume siehst du den Walden ich bin die Bäume jetzt höre das Lied jetzt schon wieder so brauche ich mal kurz das gute dunkle Holz jetzt ich finde dies Lager nicht und dann räume ich das auf und dann ist es auch Schluss für heute ja da haben wir ziemlich gut aufgenommen zwei Stunden 15 jetzt nochmal und nur noch 62 GB frei dann ist jetzt Schluss ich könnte doch weiter aufnehmen aber wie gesagt die Festplatte ist voll da geht nichts mehr wir werden jetzt unser ganzes Gekrempel hier in die Kisten einzutieren weil das ist nicht wirklich spannend deswegen machen wir das einfach jetzt so und passt das ja nö da musst du schon Sand und Glas eine extra Kiste machen ne weil Sand wirkst du aus Glas ja aber ist Sand und Glas miteinander verbunden dann musst du Stein und nöö Lasterstein auch in eine Kiste machen achja stimmt eigentlich ja also und von Pflasterstein bekommst du mehr und von Stein hast du irgendwann auch mehr als Sand da musst du Kies und äh ja ist Feuerstein Flint auch rein machen ja aber von Flint bekommst du auch nicht so viel ja egal wir machen jetzt Schluss räumen uns der ganzen Plunder hier unten ein und dann ja sehen wir uns das nächste mal wieder wenn es wieder heißt äh let's play together Minecraft mit DecayCast the Gamer und und ja und achso und ich jetzt sei ja ich ja du ja ich hier ist sie und sie ich und X-Craft X und Starkeller 57 bis zum nächsten Mal Leute wenn euch meine Videos gefallen abonniert favorisieren und alle drum und dran damit die schön bei der Charme also ne also Leute bis zum nächsten Mal Antibüdigkeit haha ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal